Mittlerweile ist es so weit, dass es sich offenbar lohnt, als politisches Statement zu sagen, der Hass im Netz ist jetzt so schlimm geworden, wegen dem Klimawandel. Das sagt Katrin Göring-Eckardt. Das ist der Hammer. Dieser Tweet ist wirklich skandalös. Ich frage mich auch, wie ich den überhaupt über die Woche vergessen konnte. Hass im Netz ist allgegenwärtig. Mit zunehmenden Extremtemperaturen nimmt er sogar noch weiter zu. Deswegen sind die in Afrika alle so aggressiv oder wie? Deswegen gibt es da die ganzen Warlords und Blutdiamanten und so, weil es da so heiß ist. Wenn es kalt ist, ist es friedlich. Gibt es am Nordpolkrieg? Nein. Wie WissenschaftlerInnen das P.E.K. Klima jetzt herausfanden, die Hashtag Klimakrise zu bekämpfen hilft auch im Kampf gegen Hitspeed. Mit dem Diskurs und oh, wir müssen wieder reden und so weiter. Wieso mal reden mit so jemandem? Die ist irre. Also das ist wirklich ein bisschen bescheuert, Mann. Temperaturen. Dafür hat man ja auch die Unruhen verantwortlich gemacht. Also der Klimawandel ist auch verantwortlich für die Unruhen in den Freibädern in Berlin unter anderem. Die Gemüte waren erhitzt, auch wegen der Temperatur. Genau, genau. Das wurde, glaube ich, bei der Tagesschau oder einem ähnlichen Medium dann gepusht, wo die ja irgendeine Experten dafür hatten. Genau, so kann man sich das dann zurecht framen, wenn wieder mal Murat und Ali und 30 andere, 30 ist gut, 100 andere von ihrer Sorte sich aufs Maul hauen im Schwimmbad. Ja, das Paradoxe ist, dann würde man ja denken, dass während diesen Temperaturen eigentlich überall anders als im Schwimmbad sich die Leute aufs Maul hauen und im Schwimmbad dann vielleicht im Saunabereich. Aber im Schwimmbad selber kühlt man sich ja. Insofern sollte es ja besser sein da eigentlich. Absolut. Und außerdem spricht sie da auch gegen das Narrativ mit dem Wutwinter, weil es wird ja kalt. Also selbst zu Hause, wir können ja, also nach den bösen Prognosen, sollte man vielleicht mal sich noch ein paar Räumadecken zulegen. Wie soll ein Wutwinter passieren, wenn es in der Kälte nicht aggressiv wird von der Stimmung? Das geht ja nicht. Also wir müssen uns jetzt auf ein Narrativ einigen, bitte, Frau Eckart. Haben Sie das Memo nicht bekommen? Das momentane Narrativ ist, Winter wird aggressiv. Sie können mir jetzt nicht mit dem Klimawandel. Klimawandel kommt nächsten Sommer wieder. Der geht ja jetzt langsam zu Ende. Sie können dann wieder sagen, oh, hier bei dem Baum fallen die Blätter runter, ist der Klimawandel. Das ist alles okay. Jetzt ist aber erst mal Wutwinter angesagt, Frau Eckart. Also vielleicht mal schauen, ob Sie da noch im richtigen E-Mail-Verteiler drin sind. Man sieht hieran ja auch dieses, wie gesagt, wir müssen miteinander reden und oh, hier schön, Demokratie und so ist halt gescheitert. Wie soll denn eine Gesellschaft funktionieren, in der die Leute rudimentärste Realität nicht mehr zu sehen bereit sind? Also die Leute aus einem Lager. Es kann doch nur noch so sein, wenn man sich nicht nur auf eine Realität und ich meine das auf Basic-Ebene einigen kann, dann kann es doch nur so sein, dass ein Lager das andere unterdrückt. Wie soll es funktionieren? Nein, nein, nein. Es geht schon um Realitätsrelativismus. Und du hast ja auch andere Bereiche. Also unser Lieblingsthema, das Transthema, das ist ein Thema, was nur mit Realitätsrelativismus funktioniert. Das funktioniert nur, wenn du subjektive Realitäten über objektive, beobachtbare Realitäten, über die sich alle einig sind, alle normal denkenden Menschen, dass du die aushebelst, dass das subjektive Selbstempfinden über dem allen zu stehen hat und du das von dem anderen zu akzeptieren hast. Das ist ein Fundament für so etwas. Deswegen ist der Bereich auch sehr wichtig für sie, weil man kann dann realitätsrelativistisch auch in anderer Hinsicht sein. Es ist ja auch diese Abneigung, was die Kernkraft angeht. Sie wollen es einfach nicht. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben, wenn jetzt hier morgen in drei, was sagt die letzte Generation, wir haben noch drei Jahre oder so, mittlerweile wahrscheinlich dann nur noch zweieinhalb, bis wir den Point of No Return erreicht haben, wie schon zehnmal davor, aber dieses Mal wirklich, dann geht hier alles im Bach runter. Die Ozeane, wie wir schwimmen hier alle und Krieg und Verbrechen, ihr wisst ja, Klimawandel halt. Wenn wir das vermeiden wollen, dann sind mir Endlager egal. Dann sind mir die verdammten Endlager egal. Dann sage ich, fahr die Kernkraftwerke hoch. Wir müssen hier klarkommen, sonst fällt, weiß ich nicht, der Mond auf die Erde, weil das Klima so schlecht wird. Ja, das ist fast so, als wenn es den entscheidenden Akteuren schon klar wäre, dass der eigentliche Zweck davon Kommunismus ist. Es geht darum, dass man eine Planwirtschaft machen kann, dass man absolute staatliche Kontrolle über die Wirtschaft und das Individuum erringt mit der Ausrede des Klimawandels. Deswegen sind das ja auch immer Kommunisten. Jeschke von der letzten Generation, der Chef, auch wieder ein Kommunist. Mal und mal ist es so. Und ich meine, eine Greta Thunberg, wie alt ist die jetzt? 18, 19? Keine Ahnung. Ich glaube mittlerweile, ja. 18, 19, ja. Diese autistische junge Frau, die das wahrscheinlich wirklich ehrlich meint, auf jeden Fall persönlich, auch wenn sie natürlich eine Schachfigur von auch ganz anderen Leuten ist, die kam dann ja sogar teilweise mit Atom, Atom, Atom und dann hat sie halt aufs Maul bekommen in der Presse und war danach wieder still, hat halt gemerkt, das darf ich offenbar nicht sagen. Den wenigen Leuten, denen es wirklich irgendwie im Inneren um diese Sache geht und die denken, dass die Welt untergeht, die kommen ja auch mit Atom, aber das sind halt wenige. Die meisten wollen einfach nur Kommunismus hier errichten. Ja und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Also schaut euch mal eine Fridays for Future Demonstration an und sucht mal die Mitglieder der Identitären Bewegung auf diesem Klimamarsch und sucht mal gleichzeitig die Autonomen, die Linksautonomen, die dort mitmarschieren mit sehr einschlägigen Botschaften. Ich erinnere mich dort einmal einen Zug, einen Demonstrationszug gesehen zu haben von Fridays for Future, wo als erstes Banner vorne weggetragen wird, der Kapitalismus ist das Problem. Und dahinter tausende Schülerinnen und Schüler von Klasse 6 bis 10, weißt du? Das ist ja auch praktisch. Wie gesagt, denk drüber nach, dass alles, was die seit Jahrzehnten wollen, die linke Elite im akademischen Bereich, im Medienbereich und so weiter und so fort, Alles, was die seit Jahrzehnten wollen, ist jetzt irgendwie halt nötig. Und man darf nicht mal dagegen argumentieren, weil sonst geht die Welt unter oder Putin erobert die Welt oder wir sterben in einer Klimahölle und so weiter und so fort. Ist das nicht komisch, dass all deren Forderungen, die noch für sich standen vor 20 Jahren, jetzt einfach nötig sind, weil die Welt sonst untergeht? Ich finde das komisch. Tja, du glaubst etwa nicht an einen Zufall? Ja, ja, manchmal nimmt man es dann halt einfach so, wie es ist. Und zufällig passt es dann. Der Kommunismus hatte schon ganz viele verschiedene Namen. Er hatte ganz viele verschiedene Begründungen. Das ist eine der neuen Begründungen.